Hallo und herzlich willkommen zum Wetter hier bei wetter.net. Kurz vor dem Sprung in den Urlaub, da schauen wir uns nochmal schnell die aktuelle Wetterlage am heutigen Dienstag an. Und das Hintergrundfoto, das zeigt es schon, da braut sich vor allen Dingen im Süden etwas zusammen. Da drohen heute regional heftige Unwetter und auch in den kommenden Tagen, da geht es insgesamt erstmal wechselhaft weiter. Der Hochsommer, der ist nicht in Sicht. Schauen wir uns erstmal die Wetterkarte vom heutigen Dienstag etwas genauer an. Und wir sehen, unser Hochzeller von Sonntag ist mittlerweile schon fast am Schwarzen Meer angekommen. Und mittlerweile erreicht das Tiefxaver hier auch Deutschland. Ja und das bedeutet, es wird ziemlich wechselhaft. Es kommt immer wieder sehr kühle Luft hier vom Atlantik zu uns nach Deutschland. Und die ganz große Hitze, die bleibt hier im westlichen Mittelmeerraum hängen. Ja und das bedeutet, die Temperaturen erreichen heute zwar nochmal im Süden um die 28 bis teilweise 30 Grad. Aber vor allen Dingen südlich des Mainz, da müssen wir heute zum Teil mit heftigen Schauern und Gewittern rechnen. Dort kann es teilweise auch für Unwetter reichen mit Starkregen, mit Sturmböen und mit Hagel. Nach Norden und Osten, da ist es zeitweise etwas ruhiger. Hier scheint ab und zu bei 22 bis 26 Grad auch mal die Sonne. Wie geht es in den kommenden Tagen weiter? Nun, auch am Mittwoch und am Donnerstag gibt es stellenweise Schauer und Gewitter. Vor allen Dingen am Mittwoch nochmal Unwettergefahr. Das Ganze bei 19 bis 28 Grad. Der Donnerstag bringt einen Mix aus Sonne und Wolken. Später gibt es auch hier im Nordosten neue Schauer und Gewitter. Und diese Gewitter setzen sich auch im Westen am Freitag fort. Das Ganze bei Temperaturen um 21 bis 29 Grad. Zum Schluss noch ein Blick auf den heutigen Dienstag. Und wir sehen hier vor allen Dingen in diesen Bereichen im Süden von Baden-Württemberg und von Bayern, da ist sehr viel Rot zu sehen in Sachen energiereiche Atmosphäre. Das heißt, genau dort kann es am heftigsten knallen. Das ist so ein Bereich vom Saarland, vom südlichen Rheinland-Pfalz bis runter nach Baden-Württemberg und bis nach Bayern rüber. Dort kann es heute richtig heftig nochmal scheppern. Nach Norden dagegen, da ist es eher ziemlich ruhig. Aber auch hier wird es in den kommenden Tagen immer wieder zum Teil kräftige Schauer und Gewitter geben können. Ja, das war es vom Wetter hier bei Wetter.net für den Augenblick. Ich sage mal Tschüss, bin mal kurz weg in den Urlaub. Ein kleiner Tipp, Punkt, 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 ist nur einmal im Jahr. Ratet mal, wo es hingeht. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und vergesst nicht, unseren Kanal Wetter.net auf YouTube zu abonnieren. Und vielleicht, wenn ihr ganz lieb seid, seid ihr eigentlich ja immer, dann melde ich mich auch mal aus dem Urlaub. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann. Tschüss und bis dann.